Grüß euch, schön, dass ihr wieder da seid, zwischendurch einmal wieder um 20.02 Uhr zu einer kleinen Dosis Musik von daheim. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, kann man wieder einmal machen. Es hat sich ja einiges getan, danke für euren ganzen Zuspruch, danke für eure Anwesenheit. Wir haben ja einiges jetzt schon ausprobiert und erlebt miteinander, danke auch dafür, dass ihr nicht nur ausschließlich wegen der Musik da seid, das ist eine schöne Sache. Es geht jetzt schon langsam wieder los mit der Musik, es kommen jetzt wieder Auftritte schon langsam rein und ich freue mich auf Juli, August, September, Oktober, da gibt es schon ein paar sehr feine Sachen, habe ich da schon vor mir liegen, gibt es mehr dazu in Kürze. Und ja, wie gesagt, die Anfragen häufen sich schon wieder, hat auch letztens einer zu mir gesagt, aber dort will ich nicht spielen, ich hoffe, das hat er nicht gemerkt. Der hat mich gefragt, so, sag, Tommy, spielst du noch im Quartett? Sag ich, ja, ja, zu dritt sind wir. Sagt er, aha, wer spielt denn da alle mit? Sag ich, mein Bruder und ich. Sagt er, du hast deinen Bruder? Habe ich gesagt, nein. Und bin gegangen. So, natürlich kann ich euch aber heute nicht in diese Folge Musik von daheim entlassen. Ohne eine kleine Winfluencer-Info, natürlich in Zusammenarbeit mit der Universität für Wichtiges, wenn euch eure Lebensgefährtin darum bittet, aufzuzöhnen, mit wem ihr schon Sex gehabt habt. Herz bei ihr auf, bitte. Gern geschenken. Bis dann. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020